Lieben, lieben! Naaa, was macht ihr? Ihr seid die größten Neger, Alter. Ihr seid so dumm, Alter. Und wir können ja nur lieben, wir können ja nur lieben. Können wir nicht wieder zurückkommen? Alter, ihr seid solche Helden, wisst ihr das? Ihr seid solche Helden. So, warte mal, jetzt muss... Ey, was ist passiert? Jo, Matthias hat das Internet wieder richtig am Start, Digga. Sollen wir Chris holen? Wollen wir Chris holen? Nein, nein, wir brauchen keinen Monty-Spieler, das geht erstens gar nicht. Ich kann nicht scannen, wenn ihr wollt. Wo ist mein Handy, aber jetzt muss ich mal ins Streamlink, können wir ihn die Dinge einschicken. Warum schreibt mir so ein Pisser immer auf Englisch? Ich schreib den Typen jetzt, Do you speak German? Wahrscheinlich schreibt er das auch noch auf H. Ja, wahrscheinlich, Digga. Kollege war gut, ich bin hinter der tijd. Ich섯 wereig ein Video. Kötz15 Lachler EAH Ich bin Sloven, das ist énormément von äh, das ist das. Ich bin dankbar, sheetsinnene Gitarre und eyere. Er nennt gar nicht mehr auspornen. Ich bin dankbar, dass ich den Typen hat er inches bridegumgelder. der typ geht mir jetzt schon auf die nüsse warum schreibt mir der jetzt wirst du schreibst du sie schon am hater zuckerschnutten du hast der suche auf klaren war jetzt muss ich mich klar wo ich nicht schicken jetzt muss ich mal ein paar dojo searching for klaren wo du so schock es kann wieder spielt jetzt wollen wir die nacht den reiweiter der gar also ich muss sagen er ist der beste rainbow spieler eo west keine ahnung er ist aber auf einmal weg dann ist aus der party gefallen und dann ist es nicht mehr da keine ahnung ich hab internet ja ja aber ich habe das vor abfotografiert und habe jetzt automatisch ausgebildet weil es kommt jetzt keine bahnfahrt wir bleiben im spiel so jetzt schauen wir mal ob sie ob sie nur mir erklärt oder ob sie die auch erklärt ich hab dich erklärt ab dort ok warte loni kurz die anderen ein oh sickle 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 bruder muss los kann ich zumindest noch einen rauchen vorteil für mich bei der ida da so gerne ich muss auf meine leid worden jetzt muss ich kurz mit den antypen anrufen wieser dann der motto ja aber immer so sagen ja klar die früher haben wir feck bravo kassen aber das stimmt jetzt auch wieder nicht er ist wieder doch respekt bambus röhrer ist das kommt erst im februar irgendwann ich soll im januar kommen dann weiß ich auf jeden fall ok ich hab halt den h3 ziel lg habe ich noch vor allem klaren ohne escape gaming und ja ding hier war nur er war nur das problem ist bei uns meine also unsere klarer kann es bei die meisten mit wenn feck hat davor steht weil feck mit einem geh hast ja schwuchtel und jetzt an fast alle bei uns gebannt worden ja aber wer wird die haben uns alle gebannt und da ist der kummer ja wegen dem und dem und weil es auf englisch schwuchtel hast und ja ja man muss so ein gespricht was ist fecker sondern fack wird aber fack der freund nicht schreiben aber ja ich sorge jetzt noch nicht mehr dazu ja haltet ihr doch ihr dürft es schreiben macht einfach anstatt das u ein x dann dürft ihr schreiben ich schreibe zum beispiel mal zu den ganzen noobs mit den gegen den ich spiele oder mit denen ich spiele schreibe ich n xxd fertig kann ich nicht gewandt werden ich kann aller höchstens für die xs gebannt werden aber glaube ich ja weniger ich meine ich hab schon die meisten erfahrungen mit gebannt ich mein main account ist perma gebannt von bs ja moin wegen dem roten noob ja mein arsch der war da mit 250 und alles von anderem weg ich schreib ich schreib zwar auch mal den teammates gegner nur aber das ist natürlich nur ne meldung er war schon zwei mal meldung gekriegt letzten mal haben wir in esl gegen so eine türken-mannschaft gespielt und die haben zwei mal die falschen einstellungen in den Kopf dann schreibt ihr so dann schreibt ihr mal so was habt ihr für ein problem wie viel habt ihr die falschen einstellungen du trottel er hat dann geschrieben brauchst du eine gleiche leih und er war Türke hat so eine türkenflagge aus ein problem gehabt und ich schreibe er hat mir so geschrieben so die kleine spaz 2 jetzt im türke hals mal und jetzt haben wir an verwarnung und auch das und das ist geil ist ich habe auf meiner karte ganz 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 der europäische ist jetzt mein männerkarte mit mir davor das war davor der hat dr wen juckt krassen ja weil ich freier vertreterin und so viel und auf jeden fall so eine franzose hat mir auch schreibt ich kann es nicht hier also in raibon hat mir franzose noch ein game auch geschrieben you're fucking nazi wasser und mir war das scheißegal ihr beide noch zurückschreiben also natürlich auf Deutsch so ist bei der richtigen NS-Soldatenkarte Entschuldigung ähm zikelkameraden kapitulieren oder blitzkrieg haha i am actually hoping that you're interested in that und dann noch bin i am Anfang der ding was lernen wir aus der Situation habs immer am bäcker verkaufen ja ich sag glaube ich habe 15 accounts aber ich glaube 10 davon sind von meinem freund also aber nicht abzogen das muss ich gleich sagen das ding ist eigentlich ist der Gamer gar nicht rassistisch oder so es ist einfach so dass wenn man büten ist man schreibt nigger oder Nazi oder Arschloch oder sonst man ist einfach büten ist man schreibt nigger oder Nazi oder Arschloch oder sonst man ist einfach büten ist das ist normal das ist normal im Endeffekt steht man sich da wieder weil trifft sich eh nie wieder so das ist wieder scheißegal denn das war bei mir das war bei mir auch im letzten cw äh der Famous kommt so in die Lobby und schreit für immer du und ich fall nigger halt's maul dann ist von der anderen von der äh vom anderen Team der hat so mich gar kassen er sagt so du musst aber du musst aber schon wissen dass nigger ein freches Wort ist man sagt dunkelhäutiger ok so fuck off halt's maul aber ich würde ja kein weiter starten also ich würde ja auch starten ja so dann nur mehr auf ein neues ne gt have fun und wir hören uns nach dem Hap inveigert ah decker Matthias wie du hast jetzt wieder so ein Bambus in der net am Trishiti aber ich spreche ein klein bisschen bischof bischof deutsch kopf mal nur weil er so gut ist ich bin das ist ein bisschen ich bin ja ich bin ja viel gekommen jetzt kann ich nicht ficken aber was braucht man denn nur was kann man denn nur gut brauchen an diesen spiel die machen push mit kapital, fink, action zu viel ich muss schiffen gell oh digger ah ich muss brunzen noch können wir verlassen hallo entschuldige aber ich hab die 3 minuten nicht mehr raus nein du kannst die schiff zusammen entweder vorderrechnungsrasse entweder vorderrechnungsrasse ich bin der herzige der was fast am schnellsten ich bin der herzige ich muss brunzen warum ich muss immer vor esl oder vor an cw schiffen gell geh doch einfach geh du musst eh nach der vorderrechnung raus wieder da ich muss mach mal 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 mit 2 mit 2 Arme in der Ruhe Arme in der Ruhe Arme in der Ruhe Arme in der Ruhe 8 We're not prepared for that I can't wait for it we're amazing im ich dachte ich dachte wenn die t Gracchew darf es nicht ausgehen das ist doch pok Woah no er war nicht er war nicht er hat auf jeden Fall die logik also er hat auf jeden Fall Allearten allearten die schreie auf jeden Fall Ja, ruhig jetzt, Alter, ich bin nicht schiefen, ich bin kurz weg, oder? Ich bin nicht schiefen, ja. Ich hab keinen Aim. Wo, wo andere? Wo juckt's? Zwei Leute pushen mich zusammen, dass einer kommt, einer kommt, du fährst so nett. Ja, du hab ihn, du hab ihn. Ich hab keinen Aim. Was wär wichtig, ist wer? Ich hab keinen Aim. 25 HP, auszeit im Sunrise. Ey, fau. In Sunrise, Kapital, 25 HP. Wiese, 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 die große Lobby in der Mitte. Garnt, genau. Ich nenne sie mal Wiese. Ist das Wiese? Ich bin nicht der Wiese, aber ich bin nicht der Wiese. Ich hab die Barrikade gemacht. Äh, Fenster ist auf, jetzt haben wir's, glaube ich. Jungs, kitchen, kitchen, kitchen. Noch einmal Jägers, du wirst abgehämmt. Er aimt, äh, in... Du könntest die Barrikade umschießt. Warte mal, warte mal kurz, geh mal weg. Ähm, du schnuchst mal. Er ist richtig, er ist richtig, ist halt der Schill. Hier geht die Fenster, Bruno quikt die Fenster. Die steht immer noch unten. Da vorher... Matthias, schau hinter mir, schau du hinter mir. Bruno ist egal. Er ist immer noch kitchen, ne? Also, rad, kitchen, tue, kitchen, tue. Er ist umschuldig in Kitchen drin. In Kitchen drin, Philipp. 1 ping! 2 Leute! Er sind schuldig! Warum finde ich so Blackbeats drin? Er ist in B! Er plantet! Zehn einfach durch! Erheb dich ab! Tür! 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 Er steht in der Tür! Er ist wegstrommen! Ich weiß nicht mehr! Schade! Scheiße von mir Alter! Das ist Däumener Koi! Na ich hab vielleicht... Ich hab ihn sogar noch in Heller gegeben, aber ich hab trotzdem vergeben! Alter, dass der Typ schon da in der Kitchen war, so weiter! Ich hab mein C4 behalten zu ihm! Blackbeats ist broken, man! Ähm... Geh mal Pels aus! Ich hab das komplett gewusst, dass ich das geschafft will nicht! Ach du Scheiße! Ich hab was zu facken! Oh nein! Was soll ich spielen? Soll wieder Jäger spielen? Ja! Ich hab das andere Jäger geschlossen! Du hast ihn zweimal zum Schiff geschlossen! Ja, was? Ähm... Soll ich... Was soll ich was anderes nehmen? Soll ich was 6 picken? Ja, du... Du sollst 6 picken auf was mit dem was drin geht! Pfff... Mute? Keine Ahnung... Ach... Wie willst... Ah... Ich wollte... Ich hätte jetzt fast die Kaid genommen haben, dann wäre ich aber anders gefickt worden! Dann hätten wir die Schleiter-Team geknämmen müssen! Dann hätten wir die Schleiter-Team geknämmen müssen! Also, ich hätte es natürlich gerne getan haben! Bist du entspült jetzt! Bist du entspült jetzt! Ich weiß... A-4 ist bound! Nun, er muss von euch Agreed zählen! So eh... Wenn er uns hebst noch mich mit den... Äh... VIP machen, dass er von Speel hat eingeahmen Academy-Mot? Ich höre... Ähm... VIP fällt nachopy... Normalerweise entspült er jetzt... Heute.... Heute war der XB was kap... heute dieser kopf sonst spätetrick machen oder nicht weil wir hier unterstärkt ist Ja, keine Fäckung zu zweit ist, ja? Ich hab's gut mit mir geklappt Ich war bloß gebetet bei Apo Die ist nicht der Böse Die ist ein Junge Du bist in dem wieder Ja, ja In der Verteidigung bin ich ja immer ruhig Weil fast jeder weiß, was das ist im Grunde Rüge, rüge, rüge Oh mein Gott, mein Ehre Ich steufe auf dich Warte, mein Fenster, meine Wo? Ja, Fenster oben, über Kopf, über Kopf, rechte Seite gewesen Aber er ist Scheint jetzt wieder Warten aus Ich bin zu schlecht, Alter Ich bin zu schlecht, Alter Ach so, du musst mal sagen, wenn's unter mir auch machen Oder soll ich es nicht Ich konnte mir grad voll gut vorstellen, dass wir der Böse auf dem Fenster waren Nein, nein da ist offen, nein da ist offen Er plantet den Geisha-Copper Er plantet den Geisha-Copper Ach, die ist ja vorhin Der Geisha-Vorhin-Ding Der Geisha-Vorpion Der Geisha-Vorpion wird wahrscheinlich gleich aufgeben Der Geisha-Vorpion Der Geisha-Vorpion Matthias, denk dran, du kannst mich dich mit der Kamera wegdrehen Wie auch immer Jäger ist Termite, ähm dich ab aus, äh, VIP Ich hab ihn nicht einmal gesehen, Alter Mann, der Geisha hängt die ganze Zeit auf dem Scheißfenster, Alter Mach die, mach die, mach die, äh, Ding nicht nur zum... Die nein, sehr gut, Philipp Der Termite ist immer nur VIP All of Fame ist glaub ich auch einer Ja, All of Fame, Alter Philipp, klar, All of Fame All of Fame, All of Fame, VIP, All of Fame Kann auch Thomas fangen, wenn er auch lag Ja, den kann ich Nein, fuck Ich soll mich hinterm Tisch legen All of Fame, All of Fame All of Fame, All of Fame Leg die doch hin, und eben durch das Sofa Tisch 25 HP, 25 Verpest dich Oh, shit Ich hab uns absolut gebläht Du hättest einfach nur hinter Du hättest einfach nur Die haben ja nur mehr Kitsch, um das zu mir bitte defen, was ich besser Spiel bitte, kam ich nicht okay mehr, Alter Du hättest ganz easy da unter dem Schrank pieken können Da wird das egal Äh, die haben ja nur mehr Kitsch, um das zu mir bitte defen, was ich besser An Castle, an Jäger Vielleicht krieg ich ja irgendwann mal wieder mein Game zurück Vielleicht krieg ich irgendwann mal wieder mein Game zurück Und was, aufsteh, aufsteh, aufsteh Fälle, Pater, 2, Koks Äh, spielst du nächstes Mal, wenn wir Tampers am Semester Ja, kassel mir aus, kann ich machen, halt mal Was muss ich dann verkasseln Ähm, du musst das Main-Rindle Also bei Tampers, Hall of Fame-Tür Und dann noch hinten, ähm Ähm, die Tür raus zu So, wenn du Kino-Tür Hall of Fame-Tür, Hall of Fame-Tür, Hall of Fame-Tür, Hall of Fame-Tür Ja, Hall of Fame-Tür, Hall of Fame-Tür, Hall of Fame-Tür Ja, ich hab' die Tür raus Mach' die Tür raus, mach' die Tür raus Was? Wollen sie sich so nicht? Wollen sie sich so nicht? Wollen sie sich so nicht? Das ist nicht klar Mir wird noch nicht weiter Er hat eine geschrieben, weil der Hasspass-Kall und irgendwas Er möchte uns einem Clan beitreten jetzt ist das rtl junge rb an vertrag mit ihr an hofft das vertrag mitsch 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 mit schluss aber auch immer mit dem doppel-room ok wo war ich weit raus warum er in der bau Ja, boah. Ach, Digga, Razzillo sieht das, was ich mache. Was machst du denn? Digga, ums. Achso, das ist der Pascal, den was mal der Chris fragt. Warum schaffe ich nicht Kassel, Digga? Der ist dort offen. Weil... Sunrise. Ich mache es immer beim Zeug, weil Sunrise. Ist Blue, wer wisst ihr da was? Was heißt für dich Blue? Also nein, weiß es noch nicht. Warte, nicht nur Sunrise. Jep. Ist doch dritt oder so. Fuck! Digga, drei Leute Sunrise. Drei Leute Sunrise. Warum ist doch ein Barricade, Digga? Das ist... Schwule as fuck, ey. Ähm... Julian, Julian, mach die Wand auf. Mach die Wand als zu... Genau die, genau die, genau die, genau die, genau die, genau die. Frank Beard ist im Hallway. Ich hab nur sein Schild weggeschossen. Das war als ein Fail. Weil da, wo Jules gerade stand, an der Barrikade war. Die, die die, die, die... Ähm... Main Lobby sieht frei aus. Schau dich, schau dich, schau dich. Schau dich, schau mich, schau mich, schau mich. Okay, 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 okay. Warum nimmst du auf Close Range nicht die Shotgun? Die Hälfte, grüß das Jobbill? Ja, wirst du nicht. Engelt ist doch so schade. Tick die Bomben und disable die Diffuser Philip, du musst vielleicht langsamer zurück, kann man schon 3 Jahre den Dropup zu einem Kapital ist hinten, no? Ah, wo war der? Ah, hinter der Bombe! Hello there! Irgendwo merkt man, dass der Puppetüt plant 1 ist Beziehungsweise Tilo Aber vergleichen wir mitten Na ja Diga, das waren 3 Leute Sunrise, die haben das resistent gewollt Ich bin mal frei Dann machen wir hocken Es gibt einen Dessert am Astro So schnell und die ganze Lolle so schnell verrecken Ich verstehs auch nicht, Alter Digga, das waren 3 Leute Sunrise 3 Leute Sunrise Einfach nicht Sunrise picken, fertig Das ist das einzige was ihr machen müsst James, mach bitte den Sunrise Dropup Und jetzt bitte, bitte Wer das ja immer gemacht hat Richtung Tink, Richtung Blue, bitte keine Barrikade mehr, Alter Weil, da verrat ich nur meine Position, Alter Und das ist echt dumm Das andere Hättest mal wenngal Hättest mal wenngal früher gesorgt Dass der Der Terminator Blended Hätt ihn Blended hinein, oder? Bloß hier in die Schuhe rein, du hast nicht direkt Sein Durchgang hast gekillt Ja genau, so weiter gekillt Blended vor, wie ihn gekillt Die Dramatische 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 Hallo? Hi! Hi! Mach'n, mach'n Sunrise Dropup auf den Ingles Bitte Oh, wie schön! Richtig Danke Du wirst schon, dass wir eine sehr sehr wichtige Wände in Service So, so ist nicht zugegangen Wer hat da außen lassen? Ja Gegenfrage Matthias, warum schießt du da auf? Weil ihr die Drohne zu schießen wollt Kartoffeln Service ist außen Water Sunrise Boah, wenn die jetzt einer C4 hätte, ne? Schau mal das Kitchen Window, oder? Jetzt das Kitchen Window auf Wann wo wir Chats getötet Wie kann das sein? Wie, Alter? Frage ich mich an Service 30 Sekunden gleich wieder Fick der Mama, Alter, ich bin's ja immer mit Doki Die Siege�re um Alter heute ist so braun wie möglich ausgleich kann ruhig schüttchen die camp sein als eine barrikade der philip jäger kitchen windows auf die drohnen Servus Oben Jäger, ich glaube Garten Jäger, ich glaube Garten Du meinst Blue Window, Window, Window Oben Window, Window, Drinne, Window Ist drinne, Jäger Jäger, ok, er springt wieder raus Äh, Sunrise dropper war wer Jäger, rechts bei dir ist auch, ne? Er ist Sunrise drin Philip Garten Und Sunrise ist glaube ich auch rein Ja, Sunrise, du wirst von Sunrise abgamed Sunrise unter der Bar, glaube ich Bleib safe, bleib safe You have Sunrise Ja, ja, aim nur die Rotation ab, Philip Äh, Smoke, komm her Smoke her, komm her Ja, Philip, bitte der Bar Rotation, glaube ich, Philip Philip, Mado, Mado, er aim dich ab Diffuser Das war No Hä? Das ist grad ein Ace Philip, steht in 4 Runden 10, 3 Das ist ja mit dem Buschig Schuss, Alter Das ist ja mit dem Buschig Schuss In the Zone Äh, wie viel ist es ist, dass Felix ist es Philip, oder? Haha, jeder glaubt, dass du Felix bist, oder? Ja, aber Junge, Felix ist echt... Äh, Castle Jäger bandit Matthias Castle, Matthias Castle, Matthias Castle Jo Du wirst bandit, Matthias Bandit Philip steht in 4 Runden 10, 3 Und ich treff gar nix, dieses Match Ihr wirst halt nur 2 Kills Das waren 2, 2 Kills, oder? Du hast einfach gemerkt Ähm, Stefan, wenn du vorzulscherst? Der wird ins Alpha Du bist im Alpha, du Depp, Alter Stefan, wirklich stinkt, dass es Felix ist, aber wenn man es vielleicht so gleich nach dem Zini Felix war sehr gut gespielt Ich bin auf Alpha, ich bin auf Alpha, ich bin auf Alpha Ich bin auf Alpha, ich bin auf Alpha Ich bin auf Alpha, ich bin auf Alpha Ich bin auf Alpha Ich bin auf Alpha Ich bin auf Alpha wenn es dazu ist ach so und sonst nicht mehr na sonst nicht mehr warum ist Kino nichts verstärkt ich bin nicht verstärkt wir müssen gerade mal anfangen ich denke noch also drüben gehen dann kommt der nix ich bin nicht vorbei ich bin Kino wir haben ihn 5 second r4 ist get ready to engage wir wollen wir wollen Rotation Rotation Anora 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 Rotation Rotation Ah ja das ist wirklich Kameran die 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 sind oh Sie haben w.e.e.b.p. er hat ein heller Ah wer hängt am Fenster da bei Ed Der ist da drinnen, der ist da drinnen, der aimt zu horribly. Ich hab mein Toad, Diffuser outside. Diffuser bei mir und ping. Er kommt zu dir, Trulibs. Diffuser ist outside VIP. Matthias kann dazu. Das war jetzt grad nicht passiert, Alter. Twitch ist low. Twitch ist low. Die könnte VIP kommen. Die ist billiard drinnen. Blackbeet ist im Aquarium. Checkl und Blackbeet ist Aquarium. Tischtrone. Arne, ich komm vielleicht zu dir, Hall of Fame. Ja, chill, meine Ehre wird genommen. Die können, keine Wände, wir müssen nur abwämmen. Mehr ist das nicht. Wie auch nicht. Äh, alles nimmt aus. Alles nimmt aus. Picknett, picknett, picknett aggressiv OCP, picknett aggressiv. Bleib safe, sie haben nur 1 minuten Zeit. Und das ist eine 3 gegen 2 Situation. Über 2 Situation ausspülen. Bleib safe hinter der Wand, die drohnen dich grad. Bisschen rollen. Ossi, geh wieder zurück. Geh wieder zurück hinter dir. Checkl ist billiard, glaub ich. Bleib da, bleib da. Bleib so. Geh wieder zurück. Pick jetzt nimmer mehr. Pick jetzt nimmer hin, jetzt nicht verpeakten. Sehr schön. 1, 2, 3. Bandit, geh doch safe, Alter. Warum bist du hier, du kriegst halt so nimmer weg. Bleib safe, da unten. Er ist mal OCP, Alter, geh jetzt mal zum OCP, er braucht ein wenig an Hilfe. Nur einer, bleib da, nur einer, bleib da. Geh doch, ich drückst du hin. Nein! Er ist ja nur, wenn und immer. Ist egal. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Jawoll. Ace? Ja. Alter, viele machen wir zurück, Schad. Na, du hast aber ziemlich verehnt, weil die Twitch ist ja die Arme gelaufen. Ich schäule, dass mein Ace weg wird, dass mein Dreh weg wird. Ich hab zu. Und dort, ich hab sie gebliefert. Äh, Hooker Billiard. Ja, ja. Ich brauch's mal. Auf der Stütze zu gehen. Mute, Mute, Castle. Ich kann Glück nicht spielen. Oh man, du Neger, Alter, jetzt muss ich wieder! Ich hab alles zurück, mir gefällt das Mensch wieder! Jetzt gefällt mir das Mensch wieder! Äh, Tule, wachst du nicht spielen! Wollen, wo soll ich mein Evil Eyes machen? Tule, wachst du nicht spielen? Die waren mit sich. Smoke, smoke, smoke. Smoke. Ich bin dir gleich, wo du Eilen machen könntest. Du kannst dir direkt aus. ob du mach 1 in aqua und 1 smoke in shisha zum plant hinein die fliebe waren das bip fenster geht auf und der andere tut einfach auch noch fähig auf daran soll ich nicht nur die flüge sonst so wollen 1 in shisha, so das sind plant hinein und 1 in aquarium okay Ja, es war ein Aquarium, oder? Die Türe und die Victor. Und Arndt sind, Arndt sind. Beide Aquarium. Ja, Mann, ihr seid ja. Warum ist Arndt? Was redest du? Was redest du? Die Castle Balkan. Ich bin eh Castle, ich weiß eh, wo die ankommen sind. Wir reden über Meister Camp. Wir reden über Meister Camp. Ach so, wir reden über Meister Camp. Wir wollen eine Rotation mit einem B. Ja. Matthias schießt dann mit mir in Hooker? Ich schieße mit mir in Hooker, ja. Ich denke, die hätten die ganze Zeit in Twitch, ne? Die werden jetzt wahrscheinlich schon wieder Mute-jammern. So, das war nicht, ich bin schon vorgab. Da kann ich mich hinlegen oder direkt sponnt Der Rollbank ist real Am Doch ist wie ein Verhucke Hallway ist noch Anna Anna ist am Doch hoch, Safecall Anna ist am Doch hoch Direkt an der Tür ist geclam, aber was jetzt? Ich weiß, ja Der Anna, ihr könnt mir jetzt einfach so richtig weg Mit der Pump Schlock bitte da auf Schlock da einfach nur auf Ist da immer noch ein paar Hey, das spielen Nomad Das kam ein Schluck die ganze Zeit her davon Das spielen Nomad Wissen wir, dass wir Nomad nicht spielen können? Ein Iris genommen Ich kann mehr draus gehen Warum ist da zu schwer da? Warum ist da zu schwer da? Da war der drinnen Ein Fremdlosen, geil Im Hallway bei 1, 2, 3, 4, 4 Jo, der ist ja gefällt Ja, die Kiergaden aus, ja Ich bin weg Ich bin weg Ich bin weg Du Li FORN Das entspricht ich bin ein LATIS AVERA Oskar geh mal dein Camp Oskar Was machen wir sitzen mit dem Pfand? parameter, dass ich unter Zusatz Vlog sie zu schauen Er ist drin, Matthias. Matthias, er bruscht dich. Matthias, er bruscht dich. Noch einer, Matthias, noch einer, Matthias, noch einer. Nomet, ein Hooker, ein Hooker. Sie aimt. Scheiße, die kämmen immer. Blendet, sie blendet. Safe, Fake Blend. Du hast sie getroffen. Warte, warte. Sie ist im Hallway. Sie könnte im Hallway sein. Ja, Hallway. Sie pushen dort. Sie pushen, Hallway. Sehr schön. Egal, wir brauchen nicht Protesten. Wir brauchen nicht Protesten. Rehosten, sorry. Ich dachte nicht die Killkammer. Ich habe mit einem R genommen. Er sagt Protesten. Egal, gar nicht. Ich habe hier Songs sind aber trotzdem dafür. Nein, wir spielen jetzt auch nicht. Nein, nein, nein. Der Typ hat mich extra nur gefragt, ob wir mit dem spielen. Was soll ich spielen? Soll ich Rolo spielen, oder soll ich A-Ecox spielen? Mit Rolo geht gerade gar nicht. Stimmt, Phil ist ja jetzt der Mann. Anders bin ich spannend. So, ich bin der Mann an deiner Seite, Andor. Jetzt kann es ja nur besser werden. Andor ist deine Freundin. Alter, du bist meine Freunde. Ich bin ja Buck. Du bist Twitch. Aber wenn ich sag an, du möchtest den Mann an deiner Seite. Was ist das denn? Ah, ja. Dann bin ich immer noch Buck und du bist Twitch. Scheiße, das Mädchen. Egal. Ich wünsche noch einen schönen Abend und so. We need to locate a bomb. Scheiße. Von Twitch. Twitch ist Franzosen. Das ist Kanadier bekannt. Die Leute in Kanada sprechen auch Französisch. Nein, ich spreche in Englisch. Englisch und Französisch. Und Chinesisch nicht los mit Ruhe. Chinesisch nicht los mit Ruhe. Wir brauchen Standard VIP. Wir brauchen Standard VIP. Wir brauchen einen Fenster-Push. Nein. Nein. Ha, der Jäger hat eine Lischenfalle zu stören. Nein. Warte, wir brauchen einen Fenster-Push. Ja, gerne. Du musst umspannen, du bist kein Fräger mehr. Du bist kein Fräger mehr. Spawn die um. Du bist nicht der Laufspot zu spawnen. Spawn die um. Du bist nicht der Laufspot zu spawnen. Keiner da. Keiner da. Ich höre uns. Der Wall bei mir die Barrikade durch. Er hat er genommen. Der Mainwindow. Der Dock, der Dock ist da. Philipp, aim ich ab. Jungs, ich benutze kein Wall-Ap. Ich bin der Wall-Ap. Philipp, Service frei, Kitchen frei. 2x frei. 2x frei. Geh rein. Geh rein, Philipp. Philipp, geh rein. Und aim Sunrise. Der Bandit ist scharf rechts. Der Bandit ist da da. Er peaked. Er kommt. Er ist in der Mitte. Der Sofa. Ist jetzt da. Mit der Pits in der Mitte. Da jetzt. Geh weg, geh weg. Der Bandit läuft weg. Der Bandit ist all of time. Er kommt, peaked. Ist vor mir. Genau vor mir. Der Bandit ist da. Hinter der Boxen. Spock unten tut. Ist das Bandit? Nein, Bandit ist nicht mehr da. Bandit und Dock im Hallway. Bandit und Dock mal im Hallway. Bandit ist hier. 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 Ich muss mich durch den Klünger. Mach auf, Digga. Entschuldigung, mach auf. Mach auf, Digga. Nein, ich bin auf der Klinge. Was ist es, Alter? Was müsst ihr da mal aufmachen? Ja, safe. Einfach sehen. Ich bin safe. Ich bin einfach safe. Ich triefe einfach nix, Alter. Warum triefe ich nix? Alter, Amgold, du schwitzt ja. Das war drei Sex, aber ich bin schlechter wie Matthias, Alter. Was hast du gesagt? Und schlechter wie Felix. Philipp, was hast du gerade gesagt? Amgold, warum schwitzt du so? Achso, ich hab das nicht schwitzt. Ich hab unten aufgemacht, hab dann Smoke von unten ab oben getötet. Ich sag das halt. Nein, er hat ja wie gut null Bogen weiter. Und dann dachte ich mir, du bist Warnerslang geflippt. Und dann dachte ich mich, der allein ist das so. Ja. Du warst zu deinem vorher getötet. Dann hat Judy getötet und ich hab ihn getötet. War mein Tonus wie ihr? Ich weiß nicht. Aggressiv, aggressiver Damage spiel nicht. Äh, Monty spiel nicht. Ist echt wittig. Bandit war komplett überfordert und hat überhaupt nicht checkt, was er tun soll. Hä, da hat er mir dort einer geschrieben. Deswegen steht mit dir so, was er hier. Hä, da hast Anna, da hast Anna. Ähm, da hast, warte. Na, da hast Anna. Na, da hast Anna. Na, da hast Anna. Ich hab mal eine Frage. Ich hab einen Julian aus dem Klan mal angefragt, ob ich bei euch in dem Klan darf. Und... Ja, wir sind ja übel, wir sind ja übel, wir sind ja übel. Aber, hey, ihr habt noch nie von irgendwen, außer halt den Marvin, also... Außer den Marvin, also... Außer den Marvin, der... Dem Paskol. Dem Paskol. Ja, das ist so nett. Ihr drone has found a bomb. Das ist schon so klar. Entschuldigung. Entschuldigung, wir gehen nicht über Blue, oder? Eigentlich hätte das schon so, ja, aber... Aquarium. Warte mal, ich muss immer... Ich brauche mir... Schauen wir mal, wie Aquarium so läuft und wenn's... Wenn wir nicht einig kommen, dann ja, dann werden wir aber hochkommen. Mhm. Ich hab mich schon. Drückt mal ja zwei. Hör auf. 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 Na, ähm, ihr habt ihr... Was? Sag, er hat ja auch noch. Lass uns doch... Ähm, Pentos droppen. Äh, da ist der Vigil, das ist der Maestro. Na, meine Drohne krieg's so näher, den Mega. Schieß her. Na, Maestro ist immer nur live-pink. Maestro ist immer noch live-gepink. Äh. Wo ist gleich, Anno? Was ist das? Der Hör auf. Ja, das war ein Fail von uns. Also von ihr. Okay, jetzt hinter der verstärkten Launch. Äh, Fetcher, push wieder mit. Okay, Farad, das war irre genommen. Ne, ist der da hinter der verstärkten Launch, der Info... Der cool, der Pips ist... Down, down, down. Der letzte Wings Bandit. Wart, geh weg. Ge weg, Fetcher. I am eh op. I am eh op. Oskar hat gerade so drauf geschießt. Ich glaub, Blue always wär. Oh! Blue? Was ist Oskar, Blue? Always. Blue always. Oskar, Blue always. Was machst du da? Geh doch Callen. Ja, Blue Hallway ist mehr, Cam dann. Ja, Blue Hallway ist mehr. Bandit ist auch drin. Er ist hinter der Bombe, Matthäus. Er ist hinten drin, hinter der Bombe. Aim den ab. Aim den ab. Noch einer, noch einer, noch einer. Zwei Leute. Er kommt da, ne? Blende, blende. Ich schaue hinter euch, ich schaue hinter euch, Hallway. Er wird Blue kommen. Hallway, Hallway, Hallway. Ich eine Hallway, ich eine Hallway. Blende durch. Das gibt es nicht, Alter. Philipp, geh vielleicht mal näher zu Matthias. Philipp, da ist ein Clamer, da ist ein Clamer, da brauchst du gar nicht schauen. Ja, ich geh schon mal näher zu Matthias. Philipp, da lass mal. Ich bin eine Diebe. Er ist auf Schrumm gerannt. Philipp bleibt draußen. Philipp bleibt einfach draußen. Er ist VIP. Ach, er sieht hin zu. Rukka, Rukka. Ape Reaisen Ignかなer Rotational. Er kommt in Rotational, er kommt in Rotational, ist an Rotational. Das istполне wie er mich entsitzt, heute wolk گ 집, bordicht laut die ging. Oh 꽃 courge mich flachsn. Wollt ihr mich flachsn?! Pzzfette لasser. Wir haben cloud gefinished auf den Meisterjки. Wenn du Laughter也可以 schlaufen. das ist gar nicht meine Welt heute meine Hand um die kennen die Kälte so ist er Schau mal, ich schätze mal, dass die Kitchens sind, wir machen Fenster-Push aber Bandit braucht man eigentlich ein Ding nicht also ich brauche aber trotzdem politisch, was Bandit im Kitchensporn ist das ist schon klar, weil er stark operatiert ist, aber ich bleibe am Termite Lothar, du bleibst mit dem Termite ich hab die Künstler-Push geblieben, lecker, lecker ganz lecker, die Chintag eigentlich Jingspielen müssen, haben wir Jings gemacht ich werde mit dir, die ist oben wir machen Fenster-Push wir machen Fenster-Push wir machen Fenster-Push wir machen Fenster-Push ja, das ist aber dann unnötig, wenn wir machen Fenster-Push wir machen Fenster-Push ich hätte eigentlich schon was mit Granatenspielen müssen NEN guck dich auf sie, äh, tschuldi du was, da ist was du hast mit Rose geblockt tschuldi, ich hab mit Rose geblockt hat hier aus jemand meine Kälte immer die Sie mit Chi, ne? Er regt mich auf ja ich glaub die werden die nicht finden die Käl, Matthias naja, alles obwohl so schon Problem ist, ich will ja was callen, deswegen fang ich mal aus dem Dunkeln ja, da wird Chi, nur was ganz genau wo mein Throne ist aber er kriegt's einfach nicht turn-out komm, du hast ne Glorch-Cripp egal Tony, du musst Tony ins Köln machen aber ich hätt jetzt nicht dort ey, ich bin ja des ich bin ja des f***ing Köln wenn ich nicht und sing ich hab mein Denktrenn wir machen kein, äh so, wenn man Fenster-Push ich hab nur ein Clamer für Ardrunner Ich war gerade da mit einem Räschchen, dass irgendwie filmt der Setscher. Warum bist du hier? Du musst mit zu den anderen. Okay, schieß auf. Schieß auf da. Äh, der Dock ist bei der Bombe. Loop-Ecke ist keiner. Äh, 1 zu 4 weg, 1 zu 4 weg. Der Dock ist jetzt da hinten. Der Dock ist da hinten. Den können wir ficken. Der aimt genau auf mich. Jetzt ist die Weltgrenze. Er ist noch immer dahinten. Er ist noch immer dahinten. Kommst du zu mir? Kommst du zu mir? Er piekt rechts. Er ist schlau. Wo bist du leicht? Achso, ja, Sunrise. Okay, komm. Ich hab keinen Bock mehr auf das Drecks-Game. Aber nur E wird gfickt. Aber schnell nicht so. Aber wenn dieses passiert ist, dass ich durch. Auch die Push-Boom. Geplanten. 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 Irgendwie sind Sunrise. Sunrise-Dropper. Ich werde im Sunrise-Dropper auch. Ich glaube, bloß der Sunrise. Sunrise-Dropper. Zeig der die Dinger aus da. Zeig der die Schlachtel aus da. Zeig der die Schlachtel aus da. Die laufen mir doch früh ziemlich. Die sind jetzt der Skippgelhaber. Warum? Ich bin so schön heißer, Alter. das mit dem stadt aus du hast drei kids ich mach zwei dann hast du 20 10 okay ich bin froh dass ich jetzt immerhin kids gemacht hab nach der einrunde der kids die hälfte oder? Fensterpush oder Aquarium? Ah, Kino. Philipp, wir machen Fensterpush. Ja, okay, wir machen Fensterpush. Ich mach ruhig, ich mach ruhig, ich mach ruhig, ich mach ruhig, ich mach ruhig. Na, warte, 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 gehen wir doch VIP. VIP, VIP einfach jetzt. VIP, VIP. andid! philipp, Akil transitions ... du musst ... ja, na, den krieg ich ja echt nimmer zu sein, aber ich kann's probieren, wenn du willst. oh, der hat einen abgeben, der hat einen abgeben. philipp, links ist auf. der bandet, der bandet ist sicher wieder auf seiner gleichen Position wie zuerst. der hat das irgendwas auch schon gebraucht. philipp, kannst du ne Klammer irgendwo unten hüpfen? Ja. Tut mir leid, ich verspürte ihn. Lies. Kaffee Drohnen, entschuldig. Ball auf C4 auf Philipp. Kannst du mit der Twitch-Drohne die A-Fäuser in die Beineteile holen, Philipp? Nein, das ist kein Problem. Oh, fuck off. Willverlust du da nicht kurz? Die behindert? Verhole Freize. Wie? Nein! Hopp kommt unten auf das Dreck, Scam-Rider! Na wirklich, wenn du da draufkannst, so'n Scheiß-Kam-Rundme, Alter. Na Digga. Stefan, Felix, spult nicht mit dir. Das ist Philipp auf der Gamm-Legend. Heu, bist du gehn-Anbau? Ja, bin ich. Ich hab ihn gesehen, ich weiß. Wo ist er denn? Mein Behälter, so gesagt. Bereich sich am Behälter. Kannst du Drohnen? Ich hab ihn geklappt. Ich hab ihn nicht. Nein! Fuck! Ja, ich muss einfach. Alter, what the fuck, Digga. I'll have to go to the... 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 Schade. Kino. Kino. Achso, du bist ganz anders. Ja, ich hol die Füße, sonst du, ne? Ja, verkackt. Komm da oben jetzt, du Fettsack. Kann man sich nicht mal auf, ich sehle. Ich sehle VIPs, by the way. Immer noch einer, der macht doch schon schlecht run-out. Aus dem VIP-Fenster. Ich muss da herkommen, wenn man die Flügel jetzt... Ja, er ist unten links. Jetzt ist er auf der rechten Seite. Also VIPs, Vitschel auf jeden Fall. Digga, du schildert nix. Ich spring mal rein und prüfe er rechts. Ich geh jetzt links. Jetzt ist er rechts. What the fuck? Loll. Vitschel hat sich gerade selber gepackt. Also den VIPs. Der Christopher, der ist echt nicht gut. VIPs, glaub ich, jetzt... VIPs ist, glaub ich, frei. Der hat sich nämlich selber umgekommen. Da war die Valkrieg, glaub ich, nur. Aber... ... kann sein, dass er nicht da war. Das lässt sich nicht. Legion war Kino. Legion war Kino. Also keine Ahnung, wo er jetzt ist. Let's go. Wenn das alles schroffen kommt, dann du. Sei mal ruhig, Martina. Lass ihn spielen. 15 Sekunden. Renn einfach rein, so wie ich. Geh einfach rein. Züchte die Schenkel aus, von rechts zum Fenster und schau das gleiche. Oh, schade. Oh, schade. Oh, der Öppi, der hat da unten rasiert. Ja, das muss man ihm lassen. Oh, nur wer hat die gekillt? Nur die, wenn du ihn killst. Na, Smash hat Legion getwittert in nur im Kino. Ach so, das ist jetzt hier. Ich war an. Ich hab mich halt. Mich hat die öppige Kill-Aidser rausgegraben. Das, weil ich gerade im Boden war und sie einfach rausgebrannt. Die Kill-Aidser hatte ja nicht. Oh, der wird doch fast, ey. Hätt spanded, hätt spanded gedrückt und er ist legendär. Lass doch das Service-Blend machen, oder? Dann nimm ich Six-Big-Glass oder so. Wenn's okay ist. Tu es wieder mal. Ich glaub ich nicht unten. Ich glaub das ist ein Ohm. Die haben wohl jetzt also keine... Ich würd jetzt nicht unbedingt denken, dass die... Die keinen Hooker sind. Die ist ein Hooker. Wir brauchen da ja keinen Termit. Ich nehm Six-Big-Auf. Bläh. Platze. Platze fürs Unten, Sonne. Ja. Perfekt im Glass. Matthias, ich hab dir einfach mal den Diffuser genommen, ne? Weil du halt nicht aufsammelst. Was wollen die bitte mit einem Puls? Was wollen die bitte mit einem Puls unten, oder? Das wär jetzt eigentlich nie logisch. Wenn du nicht mehr gehst. Was warst du denn hier an mir? Weil der Puls wird sicher... Der Puls wird sicher ein Sunrise bleiben, weil dann... Sonne haben sie vier werden. Der Puls kann auch Six-Packen. Ich bin übrigens gesund worden. Ich bin gesund worden. Ich bin gesund worden. Ich bin gesund worden. Ich bin gesund worden. Wenn's ja einmal hier dann... Wenn's ja einmal hier dann... ...kommt der kleine Kieler an. Heute ist das Schützern echt gegen Julian. Ja wirklich, leider. Machen wir Service-Blend oder was machen wir? Fendt der Puls? Service. Das ganze Monch ist einfach weg durch. Dann schau uns meine Puls um vielleicht. Ich will jetzt sicher mein Puls an dich weitergegeben. Ich will jetzt sicher mein Puls an dich weitergegeben. Anwar! 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 Blackbeard! Philipp Julian! Philipp! Du bist inzig. Also in Barbeard! Wo ziher wird der Abstand! Jedet mal Panzer sind. Komm! Macht einer seine Claymore-Main-Door. Entschuldi, ohne wie funktioniert's das? Danke du Fotzen, Alter! Ohne dich funktioniert alles. Alibi teilt direkt da vorne. Alibis Badezimmer. Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Du kannst ja zuerst nen Header kassieren, ne? Dog ist hinter der Bombe. Ja, willst du gleich planten, Dein Digger, hinter mir? Ja, dauert noch, warte, warte. Ja, ich kann's jetzt wieder gehen. Ich hab selber smoke nichts. Ja, ja, truly, lass mich smocken. Kommt ins Kino. Ich bin über der Bombe, ich bin immer mal ein Liefen, in sich sitzen. Wo ist das Sack jetzt? Ich seh jetzt nichts. Er schießt über dir drüber. Oh mein Gott, Legende. Ja, ich bin tot. Aber ich hab's ja mit dem. Ja, 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 ich hab's ja mit dem. Noch mehr, noch. Wo sind zwei Leute? Ich hab's ja mit dem. Ich hab's ja mit dem. Ich hab's ja mit dem. Oben, oben. Entschuldigung. Entschuldigung. Warte, ich war ja geblendet, gell? Und dann bin ich nicht mehr geblendet. Dann sind zwei Gegner vor mir. Und dann sind sie auf die Fliege und zwei Kontaktnates. Ich hab's schlau gemacht. Matthias, du hast dich nach vorne gestellt. Und ich hab extra an der Tür geblendet, sondern ein bisschen weiter rechts. Es wurde exakt jede Kugel genau auf die Tür direkt links neben mir geschossen. Und das nur, weil ich einen Schritt nach rechts gegangen bin. Anders wurde auf mich geschossen. Alter, du musst groß. Philipp hat 19 Kills. Ich hab 9 Kills. Ich hab 9 Kills. Keine Ahnung, schluck. Oscar hat 9 Kills. Aus die 9 Kills sind wir Assists. Also ich hab so gut wie jeden, wenn ich das einmal die Runde angehört. Ich weiß gar nicht wieviel Assists ist. Ich sag mal GG. GG! Ich hab echt geil gespürt. Ich hab mich fürs Team geopfert. GG Jungs. Hey Julian! Also du bist auch echt, du bist auch echt unglücklich gestorben. Muss ich echt sagen. Naja, mein Eben ist einfach nicht da. Ich hab keine Ahnung warum. Ich fand es trotzdem auf jeden Fall saugut. Jaja, wir haben erst die Stille. Meine Leiter weg und spiele wir hier nicht. Ich hab deine Leiter weg. Das ist witzig, Alter! Tschüssi! Ihr könntet die nächste Zeit direkt hinterher machen. Was, mal ganz kurz. Wer meint, Rappen sind die Tricks hier? Ich bin jetzt in den letzten Runden über Planes, Digga. Geil, da sind ja auch Flashes in den Mund eingewachsen. Über Fullflash? Ich wurde andauernd in den Rücken geflasht, wo die Ash über den Dropper bei Panthers reinkam. Ich wurde absolut in den Rücken geflasht. Das war so... Die letzte Runde, dann du wohlst. Jede einzelne Flasch, die geworfen wurde, egal wo sie geworfen wurde, ich war flasht. Immer. Ich war immer in den Rücken, immer in den Rücken und ich war immer flasht. Die letzte Runde habe ich übrigens im Plan mit 5 HP überlebt. Also, ich muss sagen, das war jetzt grad irgendwie gar nicht mein Map, weil ich hab eigentlich alles verändert, was es noch gibt. Es kann, es kann ruhig weitergehen. Es kann weitergehen von uns aus. Ähm... Wie haben wir gefördert und anstehen des Spiels? Leute, ich... Laut meine... Laut meine... Erinnerung, glaub ich schon. Okay. Ich hab mich drückt, wie hier kommt der Pfeil einfach so... Keine Ahnung. Wir dachten... Wir dachten, dass wir zuerst... Ich hab dich noch akkul-drückt, aber okay. Wir dachten, dass wir zuerst an... Ne, zuerst verteidiger sind. Ja, ja, ich kann das in... In den Match-Things kann ich das ändern. ich dachte dass wir verteidiger sind aber egal wie also bierst du nieder meint halt laut seiner informationen ich bin dort und mega wenn alle haken drin sind einfach starten kein problem ja und startet aber ich weiß nicht ob ich ein legend toys aber so bei der stadt er ist einfach startet wie geht ihr da er wird uns durch und liebte er es wird man richtig küssen ich küsse los sind weil ich im ersten spiel das manchmal und dann und dann kam so ein typ aus einfach mit c4 alle weggesprengt das war also ich finde das war ein sehr schönes match ich auch ja gut lag nochmal ne ich müde mich nochmal also ich finde das match war jetzt für den grösten scheiß digga ich finde das ist so schön wenn das war meine verhältnisse oder ich habe nämlich beiden match an julian abgegeben das war ja immer ein move ja ja da Wollt die Termite bannen, Alter. Lecker, Mio. Äh... Das hast du dann praktisch. Achso, Jackal, sorry. Wo spiel ich jetzt, Digga? Du spielst Blitz, du spielst ja so gern Blitz, du Negga, Alter. Ich spiel nicht, Digga, Blitz. Du spielst jetzt Blitz, oder ist mir gar nicht wahr? Nur weil er eben mit Blitz kann. Äh, Maestro, Maestro! Nein, 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 bitte nicht, ich möchte Meister spielen, okay. Aber theoretisch, wir machen das nicht immer mit Smoke und Pulse. Also rein theoretisch brauchen wir wieder gar nicht. Ich bin klar auf den Mirra oben. Darf ich die Augen, du Traunkel? Äh... Ja, aber guck mal, wir machen das mal, ich sollte eh mal Pulse safe, äh, scannt und smoke, halt. Die bannen ja auch einen Mirra oben. Haben wir auch schon ohne. Da, Felix ins Alpha, da, Felix darf nicht ins Alpha, oder? Weil, weil, du nicht einmal fehlt, du spielst mit Felix an der Account, oder? Das war ein Choke, deswegen mal lachs mal hinten. Oh, ja. Das klappt. Schau, die sind am Verteidiger und bannen die eigenen Mirra. Das ist das erste Mal ein dummes Fack, aber okay. Ich darf wieder Lesen spielen, lalalalalala. Alter, ich glaube, ich weiß, warum ihr so scheiße gespielt habt. Ich bin die ganze Zeit auf meinem Hocker gesessen. Und bin soweit vom Fertig gesessen. Und jetzt, und jetzt sitz sie auf meiner Couch, und wenn ich jetzt wieder was trifft, dann, glaube ich, Gäbe ich verkomme. Also, bra, was spiel jetzt? Muss ich wirklich Blitz spüren? Du spielst mir das Auto oder? Oh, oder? Oh, 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 oh. Ich bin aber richtig. Hauptsache, er kommt dem Ansgegen, hat er da mit dem Blitz daher? Aber jetzt werde ich Blitz spüren, oder? Ich bin jetzt mal ein Rad, das ging an. Ernst, da habe ich vier schöne Fotos gemacht für dich, Entschulde. Wie geht das Gen-Shared? Wie geht das Gen-Shared man leider nicht? Was, wer nicht mit echt Gold gecast? Sondern mit R6-Credit? Ich glaube, ich habe keine Bock, so viel Geld auszugeben. Das sind 15 Euro und 20 Euro. Nein, aber wenn ich schon eine, dann hole ich richtig. Also, dann hole ich schon eine, dann hole ich alle, die ich möchte. Ja, ich bin mir so, ich scheiße. Die B-D-Wall-De-Wall-De-Wall-Deepwort-Deepwort. Hallo, ich habe meinen Tipps, okay. Also, ich muss folgendes machen, ich muss die mir auf, 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 auf. Und nicht du. Ich kannst.. Ich kann mal ganz mehr verstehen, ich ... Und da müsste das irgendwie... Man könnte alles auf ... Ich weiß, dass ich eine Raimhäuser drauf, ne? Was eigentlich Nutzung, was ich nicht losmache? Ich müsste das losmachen. Die müssen umspannen, die müssen umspannen, seitenskaße. Entschuldigung. Ja, ich komm ja schon in zwei Sekunden. Ah, du kommst schon? Ich soll genau, obwohl ich das gar nicht wissen war. Damit bring mich halt um. Wenn du jetzt nicht gleich kommst, dann komm ich. Schut, schut. Schut, schut. Danke. Ist das ein Blitz an oder andere? Oh mein Gott. Ich hab den letzten Hüften gelandet an. Sehr gut, er kommt. Philip, oben ist frei, Achsenhandel. Philip, geh Achsenhandel. Wo hast du den Giga gerade gehört? Da hast du Löcher geschlagen, was? Ja, ich wollte nämlich mit Wohlhängen, ja. Ich hab doch gehört das Löcher geschlagen werden. Philip, Achsenhandel ist frei. Ja. Entschuldigung, ich hab doch gerade das Löcher geschlagen, und ich schieße auch mal durch. Du haust das zweite Fenster aus. Hast du Schwenker noch gehört? Ja. Okay, dann haben wir ein Problem. Bro, da sind zwei sind auf A und Bandit ist auf B. Ihr war cool! Bandit ist in dem Schrank. Ist auch dein Einziger für diesen Menschen. Warum hat Termin nicht Großraum auf? Broder, ja. Bandit ist auf B. Der Bandit ist im Archiv drin. Broder, ja, ich bin in dem Schrank. Was? Der kommt, der kommt, der kommt. Stuttgart! Ich habe den Schluch in der A und Bandit ab. Der hat den Schluch von A. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt! Der ist hier. Centra? nein küche die warte ist zu matthias den trick meine schnippe zeigt ich guck mal kurz drohen sieht man leider nix ihr könnt ihr vielleicht planten und einer schnippe 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 ich bin nicht gecheckt hat dass er gedauert war ja ich hab ja nur geprüft in so Richtung wir glaubt nicht lang aber der Acker Acker ich hab einen Kiel lalalalalala ich spiel mal hier geil ich glaub ich spritz immer blitz ich spiel mal hier geiler Entschuldigung scheiße ich spritz immer blitz nur weil er damit direkt ein Gehirn gemacht hat ich hab einen vollen Unverzeugen warum schreibt der Löscher in der Hand warum schreibt Stefan Julian Kick Felix weil der 19 Kiels grad im CW gemacht hat tolls war leider na aber wirklich das muss ich dann nochmal in Stefan fragen das wollen wir wissen ja da muss Felix selber sagen es geht ja nicht um das was er gespielt hat sondern es geht um das ist das warum er das geschrieben wollte Stefan das würde ich ja nicht wissen ich kann nur den Grunde also ich würd gegen die Typen ich würd gegen die Typen die dritte Map spielen ich würd gegen die dritte Map spülen ich würd gegen die dritte Map spülen ich würd gegen die dritte Map spülen ich auch aber... aber nicht mit die Uhrzeit aber... heute könnten wir die dritte Map spülen weil's nicht so schlimm ist weil heute ist nur Soundcheck Wagen wär so wenig... ja... ja, wenn der Band ist, ist ein Grußfrau gewesen. Bitte, nicht ausschießen! Heiz mal, Leute, du bist mein Schuss. Wir sind direkt Team Köln. Matthias, warte länger, Laura, du bist ja nicht Monty, du holst nicht so viel aus. Was? Hinter Server ist frei! Ich werde von irgendwo angeschossen. Wahrscheinlich hinter der Bombe, ja. Plus das ist auch frei! 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 Dann schauen wir mal. Der Echo ist da. Hinter der Bombe ist, ja. Okay, meine Cam ist da. Macht's auf, wenn wir immer aufmachen. Macht's auf, wenn wir immer aufmachen. Kannst du Drohnen filmen? Ja. Philipp, Bakery tot. Bandit müssen nach oben sein. Philipp, hier ist noch irgendwo ein Bandit. Er klickt mich. Hä, von wo schießt ihr mehr? Philipp, ist okay, okay mehr. Ich hieß den Ding, hieß den Tisch. Na, es ist nicht nach oben. Was ist das? Ja. Enden wir auf. Er ist nämlich hinter der Bombe, doch. Schießt mal auf. Hinter uns, hinter uns, oder? Easy! Er ist gerade drauf. Der Bandit müsste noch sein, glaube ich. WTF, wir haben noch einen Top-Trop-Trop-Trop-Trop-Trop-Trop-Trop-Trop-Trop-Trop-Trop-Trop-Trop. Loil! Philipp, das lief sehr gut. Jetzt kann man das formulieren. Da kriegst du's nicht holen. Philipp weiß, was ich... ...weiß, weiß... ...weiß was ich... 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 Ich bin von da einfach in den Kitchen durchgezogen. Ich hab auch hier ein bissl verimpft auf Echo, dann hätte ich... ...Vakery... ...hat... ...Vakery hat dann ganz woanders hingeguckt und schaut... ...sie hat es nach unten aus. Der schaut nach unten aus, oder? 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 Das sieht eigentlich nicht aus. Philipp, bleiben wir jetzt immer... ...eh, Hibana, bitte. Bis die halt unten wohnen, auch mal. Damit Julie im Notfall den Six-Back direkt machen kann. Das würde ich nicht damit sagen. Was? Na... Ne, dann liegt mir dann... ...hätt ich nicht mehr... ...hätt ich gesagt... ...hätt ich gesagt, wenn... ...ja, das kann ich mit Thermal aufmachen... ...das kann ich nicht mehr... ...ja, nein, ich hätte mir gesagt, vielleicht das nächste... ...ja, das haben wir wieder unten... ...das nächste Mal irgendwie andere Thermal nehmen, weil dann wäre ich mit Klaas... ...durch in die Garage gegangen. Puh... Herr Robert, ist das leer. Er geht auch. Er hat kein Interesse mehr, Herbert. Er hat kein Interesse mehr, Herbert. Das ist unsere Treffer. Der ist in denuct... ...und wie vorher. Philipp, guck nach rechts... ...duhle. Philipp, guck nach rechts. Five seconds. Ich dachte... ...helle, ich bin... ...ich bist du richtig gepickt. Philipp, das bin ich. Ja, du sheik. Ich hab meine eigene Drohle Achso Deswegen mein Spruck nur rechts Ich hatte bloßt Dann haben wir Pfingstens hier, ne? Ella, stopper! Ella, stopper! Drop her Drone holt am Mulder vor Ich will den Torx-Drohler Ja, okay Ich bin auch noch mal am Tor Die Drohle ist zu Die Silber ist in der... in der... in der... in der... Der Dinger hat den Klaik, in der... Der Dinger hat den Klaik... Der Dinger hat den Klaik... Der Dinger hat den Klaik, ist wie Feuer Ligern der Double-Doll, ja? Ligern der Double-Doll Pass mich durch, Alter! Mach immer... Das ist jetzt frei, oder? Der Lipp... Jo, hier ist jetzt auf Ich stohr noch mal Nein, 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 nein Lips, pass mal was schief auf Ich stehe noch mal, Philipp. Ich kann es sagen, wenn der kommt. Ja, er fliegt, er fliegt, er fliegt. Nein, Philipp, geh mal rein, geh mal rein. Großmachst frei. Wir bänden vielleicht einen kleinen Raum. Das Land, der braucht es. Wir sind ohne den kleinen Raum. Kleiner Raum frei. Ich stehe jetzt durch. Er biegt immer nur da durch. Nein. Ich bin ganz oben, Philipp. Ela ist oben. Ela ist aber ganz oben. Philipp, Ela ist ganz oben. Ihr war Bluecam. Philipp, aim oben. Sie ist sehr, sehr gut. Ela ist da. Jäger plus das. Jäger plus das, Jäger plus das. Jäger plus das, Jäger plus das. Jäger tot, Jäger plus. Ja, aber wäre bei mir, hast du eine Integration oben, am Tropper? Ah, doch nicht. Ich bin auf jeden Fall am Tropper. Irrigation. Ne, doch nicht. Bleib safe. Bleib safe, Jungs. Zwei gegen drei. Ich kann euch sagen, wenn ich plus das wäre, kommt. Cabera kommt oben. Cabera kommt oben. Cabera kommt Plus. Plus ist noch einer. Zwei Leute. Bleib unten, Mathias. Mathias bleib unten. Lauf in den unten. Lauf in den unten. Geh weg. Sie kommt. Sie macht Drop-Off. Ela ist auch oben. Sie kommt. Da ist sie. Das hab ich nicht geschahen, Matthias. Defuser, glaub ich. Defuser, defuser! Oh, schön, Aussie. Gut gemacht, Aussie. Ich hab auch gedacht, ich bin über die Tür vorbeigangen, André. Ich hab mir nicht gedacht, dass ich in die Tür eingegangen bin. Oss, ich wünsche dir wieder. Matthias, du wurdest halt rechts an der Tür getötet. Das ist... Ich hab mir gedacht, dass du bist. Ja, weil ich in die Tür streitblind bin. Ich hab mir gedacht, ich bin vorbeigangen. Ach so. Kann ich die so spielen? Hättest du mir nicht deine Sensi verraten? Ich hab damals auch auf so einer niedrigen Sensi gespielt und hatte damals irgendwie sonst sowas, ne? Da hab ich meine Sensi immer höher gedreht und irgendwann konnte ich den Rückschuss nicht mehr kontrollieren. Oder nicht mehr so gut kontrollieren. Ich bin dauernd Sensi. Weinser Sensi holst du bitte? Was hast du jetzt? Ich hab eine 40-60er. Ich hab die, ähm, ja, halbiert fast. Ich hab die halbiert eigentlich. Ihr habt eine 10-20. Du hast die verdoppelt, oder? Die... Nein, nein, nein. Ich hab sie halbiert. Ich hab davor auf 80-100 gespielt. Da kann ich den Rückschuss nicht wirklich kontrollieren. Na ja, da. Ich spiel die, äh, ich spiel auf jede Bahn. Wie heißt's? Ich spiel auf... Ich spiel vertikal 15 oder 20, weil... Ich mag das nicht, wenn's so schnell aufgerufen geht, aber seitlich ist Parki. Aber seitlich ist Parki. Ja, sie ist Parki. Ich spiel auf 40-40. Ich spiel auf 40-40. Ich spiel auf 40-40. Anno, sag mal bitte den Trick, dass ich die Wand aufdrücke. Auf wo spielst du Tulis? Äh, 15-50. Ich spiel auf 15-50. Ich spiel auf 15-60. Ich spiel auf 15-60. Geh in meine Drohne. Ja, ich bin Gott. Hier die Wand aufmach. Hier die Wand aufmach. Da. Ich spiel auf, äh, 43-60. Weche, weche, weche nur mehr, weche. Die ganz rechte, die ganz rechte, los. Ich ping's nur noch, ich ping's nur noch, entschuldi. Du bist voll gespart. Ja, ihr habt's Gott gemerkt, das ist ja... Ich guck aber schon um. Ja, diesmal von mir. Und bitte wer auf dem Area? Äh, äh... Ich muss ein bisschen aggressiv bespielen jetzt. Ich krieg nur ein Pid. Philipp? Warte, 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 warte. Äh, 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 ADS, da sind wir drinnen. Da sind wir drinnen. Jäge ist drin und... Max ist frei. Und im Fernraum ist Mü, im Fernraum ist Mü, Jäge ist in Kaffee. Im Konferenzraum ist frei. Jäge ist frei. Jäge ist frei. Frei? Vielleicht ein Hausmeister, droht doch richtig Hausmeister, ich betritt. Äh, Hallway, 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 Hallway... Hab ich hab ich hab ich hab ich hab ich. Hallway's done. Hausmeister. Bandit ist auch ein Bandit ist auch. Über euch, über euch. Jungs, packt mir doch mal zu den Großraumjoppers auf, über die Ossi. Und über dir ist Bandit. Ja, das war dann Fell mit dem Drohnen. Warum ist die Wand nicht aufgegangen? Äh... Bei mir hat die Wand... Also, normalerweise geht das schon, keine Ahnung. Also, wie gesagt, oben war Bandit. Warte mal, ich drohe nur, weil du musst mich aufheben. Das ist das einzige, was du machen musst. Du musst mich nur aufheben. Mehr brauchen sie gar nicht. Geht rein! Gibt's Lenten! Gibt's Lenten! Gibt's Lenten! Gibt's Lenten! Geh auf A! Geh auf A! Seid mal ruhig, ein bisschen ruhig. Bandit sind Lenten? Hm, du hast es her, Cookie, aber... Vor allem, Philipp. Philipp, du hast Bandit eigentlich einen Heller gegeben. Ja, ich weiß. Wir haben uns sogar mehrere Cookie in den Kopf geschossen. Egal. Aber Philipp, das nächste Mal kommt bitte raus, Mist. Ihr habt Bandit... Ähm... Ihr habt aber nicht gesagt, dass Hausmuster frei ist. Ihr habt... Ihr habt aber auch schon Bandit an... An Headshot gegeben auf die Stärzungen. Wow, wenn... Ja, war ja so, oder? Habe ich gesagt, Hausmuster frei. Ausmuster frei, wenn wir die Kinder nicht umgehen. Was heißt ihr... Was heißt ihr davor, wann die... Wann wir jetzt eine Überfahrt machen? Ich halt echt für die Fahrt. Ich war jetzt für die Fahrt. Wenn wir was machen? Eine Überfahrt. Eine Über-See-Fahrt. Eine Über-See-Fahrt. Er will mit dem Boot fahren, hat er jungen lang gesagt. Soll ich mit? Nein, du bist der Typ, der hinterherlaufen die zurück... Geh, los noch zurück, Digga. Ich bin der Typ, der hinter Motor an dem Swimming sitzt. schweiz schweiz der nächste Eliteskin der die man kauft, das wird für Termal sein die sind wieder auf die auf die Spankele und Spankele und was sie ich bin noch im Abo okay, ah, noch diesmal drohne hier oben ordentlich aus, tut mir leid Echo hat seine Cap neu die lernt aber auch nicht, die lernt sie aber auch nicht, ja? ich hol mir die Echo Cam ich hol sie mir wer war denn das, was ist denn wer das war? irgendwer ist ein Cafeteriel, es könnte Pulse oder Castle gewesen sein 10 seconds to go Riesen Spawn die oben vielleicht, Anwar? Nein, nein, ich hol die, ich hol die Echo Cam Bandit, Bandit rett nach oben Das kann doch nicht wo ich da ist Achtung, Bandit outrun Verdroh Verdroh Es ist also Sidebagger oder? Ehm, da ist ne Lesion Trap Ehm, oder? Keine Ahnung wo die ist Lesion rennt wieder innenrum Lesion rennt plus das obi, Lesion plus das Castle, Castle ist da drinne, Castle ist da drinne Drogen nochmal Fetscher mal den Eingang, weil dann ist die Lesion Trap nämlich weg Lesion Trap ist schon weg Bin bitte da Castle rennt, äh, Castle warte Castle ist die Lobby als die gleiche Lesion, Castle Lobby, Lesion, Castle Lobby Ja Lesion, Castle war Lobby Top 1 Lobby Und sonst seh' ich nix Einer hat ein Peak auf Hallweih Benit, der ist noch unten, Benit, Mainz ist noch unten Ich bin am Drohnenfleisch Mach's auf Castle ist in rum, als einziger Bissens Ich hab's noch in den Hosen, der kommt Lesion Peak Nummer Point Warte mal, Benit nein Nein! Lesion ist dort Lesion ist dort Lesion ist dort Benit, Benit war da hinten noch Was heißt da hinten? Benit, Benit ist da hinten Benit tot, Benit tot, Benit tot, Benit tot Puls ist noch drinne, Puls ist noch drinne Gewehr, 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 Gewehr Mein jetzt geht Ich bin schon weg Pull, äh, Castle ist im ad cans Castle lag er hitet Castle ist dort What? Ja, wo du so zwei Seiten militierst. Ja, Ecke von der Seite. Das hab ich nicht gewusst. Arne sind auch Arne im Bild. Okay, da ist der Castle bei. Ja, ich kann nicht viel machen. Das einzige was ich machen kann, ich kann nicht drohnen. Ich kann nicht vordrohnen, wo die Sand... Wisch, 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 wisch. Da ist der Castle. Bei den Rump, glaub ich. Ja, ja. Der Castle ist perfekt. Plänte, 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 Plänte. Ja, schlägt man hier so nicht drauf, oder? Nein, 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 nein. Ich hab die Rotation. Alles klar zu mir, Plänte, Plänte, ihr bin Diffuser nicht einmal. Ich dachte du wärst die Banner. Hat die Banner nicht Diffuser? Doch du hast Diffuser. Du glaubtest du was kack. Ich hab ihn jetzt gerade gehabt, aber der Matthias hat ihn drinnen liegen gelassen. Ich dachte, das sind die Banner. Ich mein die ganze Zeit Plänte. Weil ich hab die Rotation gemacht. Die waren wieder OBGA, die waren wieder OBGA. Verschreiß nicht doch, das weiß nicht. Also ich glaub das haben ihn aufgerissen. Ich glaub das haben ihn aufgerissen, weil wir auch nicht so gut ins Deft verteidigen wollten. Der Matthias hat einen Game. Aber wir haben aber auch ganz starke Devs. Also wir haben gute Verteidigungen auf alle drei. Ich bin über Big Lobby gegangen und hab Lieschen getötet und der euch die ganze Zeit gehötert hat. Was, was Anna? Das ist nur für dich? Was, Anna? Für dich? Ihr habt den Mute called, der war oben auf der Bombe. Philipp hat zwar irgendwie Dreck jetzt gemacht, aber danke, dass du für den Grill klatscht. Oh Mann, hättest du ihm nicht geklatscht, hätte ich nicht geklatscht. Was? So gehen wir mal. Oh, der war so flach. Der war so flach. Wir sind wieder oben. Wir sind oben. Wir sind oben. Lol, ich war schon hinter der Wand, aber okay. Wir sind oben. Ich sie nur so oben, wie das Operator Symbol von Termite und Dunkel ist. Ihr Dronen has found a Bomb. Ihr wart zwar schon hinter der Mauer, aber es zählt trotzdem nicht. Wart wegen Bändeteile. Wart wegen Bändeteile. Wart wegen Bändeteile. Weil dann braucht man den unbedingt Fetscher. Wer ist der Late State? A Drohne, wenn es geht, eine Drohne vielleicht auf die Skylight. Warum haben wir die gleich Schädel? In der ersten Mal, ihr lebt eigentlich mit die Bahne aufzumachen. Du hast das im Namen hinten. Hab ich mir schon gedacht. Warte. Da hinten. Das ist recht am Fetzer. Philipp, Dronen für Skylight. Ja, ich hab ihn gerade gesehen. Kann oder so. Ich weiß ja schon. Felix und zu Skylight. Geht's? Skylight ist btw. Glaub ich einer. Easy, alter. Du hast recht am Fetzer. Keine Bandeteile. Okay, passt. Gut. Ähm. Die wollen den Bandit tricken. Die wollen den Kasten tricken. Ich komme da nicht ober. Mit den Rotations. Okay. Skylight ist frei. Um, um. Einmal Oste. Da hinten. Ich hab ihn dreimal in Höhe. Hausmeister ist free und es ist keine Rotation. Hausmeister ist keine Rotation. Geht doch. Philipp, Doc ist tot. Ja, mach jetzt mit. Ja, mach jetzt mit. Du hast für dich sein wahrsten Fallspieler. Hast du ACOG oder? Was hast du? Ja, hab ich. Aber ich gehe jetzt woanders. In Aktienbüro ist Jäger. Ja. Was? Jäger tot. Boah, ich wollte dich gerade unterstürzen. Der ist immer da rein. Ja, da rein. Ja, da rein. Der war direkt an der Close Bomber. So. Warbang da mal aus. Ja, sie sind nicht so bandit. Da hängt sie, sie sind nicht so bandit. Und sie. The defuser is no longer in your possession. Fuck. Ich bin da, kannst du noch in den Raum rein. Ich bin da, ich bin da. In den Raum kannst du noch rein. In den Raum kannst du noch rein. Ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich fahre geradeaus durch in den Raum. Also jetzt fahr Drohnen hol und links. Links. Ich bin der Bomber. Oskar, fahr links. Wir haben so einen Fünferling. Fünferling, der kommt. Fünferling, er kommt, er kommt, er kommt. Er steht schon Fünferling. Er pusht, er pusht, er pusht. Nein! Bandit kommt von hinten. Bandit kommt von hinten. Hol ihn doch einfach, hol ihn. Wen soll ich holen? Warum lasst du eine Läpfung? Wen soll ich holen auch noch? Hinter dir lag einer verheizt. Also neben hier. Was? In der Zeit, du hast ja erst mal nachgeladen, hast du ja dann aufgemacht. Ja, hey, jetzt ist doch scheißegal. Komm, jetzt da mal gescheit verteidigen, wir gehen sie an. Wir brauchen die gleiche Straight Castle Bandit. Ja, Bira ist gewandt. Der Druid ist heute ganz wild unterwegs. Wir brauchen wieder einen Dock, danke. Äh, Cooley, ich schmeiß mit den Neuen Rotation Hall. Wir brauchen die Neuen Street. Die Neuen Street. Die Neuen Street. Sehr gut erkannt, Cooley. Ich hab noch nie mein T4 geöffnet. Wir haben drei Konten. Du kannst dir deine Konten jetzt behalten. Er sagt wieder. Äh, Anno, machst du bitte die... Äh, machst du bitte die zwei Standard Rotation Halls mit... Äh, ich mein, Ossi machst du die Standard Rotation Halls bei Ja, ja, ich bin... ... die... 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 ... das du meinen Dropper aufmordst... ... Spann die einen Dropper aufmordst... ... aufmordst du ein A. Ja! ... ein neues Dodge ne?! ... ja! Das funktioniert nicht! ihn kann nicht die... Sagt ihm nicht, wenn du... ... der ist absolut All- når es heißt. Ganz ehrlich, dann rennt schon mal mit dir Ehe genommen Deswegen meinte ich ja Ehe genommen Ich würde irgendwie schief, dass der Lobby-Brennster wieder gehängt Ich bin schon extra Garage, falls die Garage oder Server ist Server, komm Boah, schreck mich doch, du rennt ja die Stairsorgen Ich bin schon am Stream, glaub Warum piept das hier? Ich hab Marco doch Ich glaub Skylight das wär Wir finden es gleich schön aus, Matthias Ich drohe, ne? Matthias, hier kommen die Mainsters auf, gell? Bitte killst du den Ball, wenn es geht Okay, dann schief es Lobby, hier kommt unten, unten, unten weit Unten ist der, Mainsters, unten Mainsters, wach War das Bug? Yep Wo ist dann Mainsters? Es hat erst was um die Lobby-Stairs, gell? Ich wüsste schon, was Philipp meinte Ja, bin halt einfach völlig auskommt Boah, Philipp hätte heute das sehen müssen, aus meiner Sicht Wir machen ein Double Room Ja, wir machen Warte, warte, warte Wir machen wahrscheinlich Das ist geil aus Das ist geil aus Das ist geil aus Das ist geil aus Nein, das ist Kapital Irgendwann tot Ah, wo? Mit dem Action Direkt über dir so gesagt Also, wenn du jetzt hochschießen würdest Da steht Kapital Jetzt wird es kill, Leona, ja, oder? In Fall, das ist Blackbeard Ich hab schon überlegt, dass du nochmal Blue's jetzt gehst, oder so Nein Okay, Jules, die Blackbeard ist noch Blackbeard? Sonst muss man was in ihm Neues Schauzt Wir kommen zu einem Morgen Konferenz Ich hab Philipp Einglitz Philipp, Walbank Matthias, rutschlappen 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 Chult Schade Hör ihn irgendwie links Er plantet Philipp, Walbank, Walbank, Philipp Walbank Schöhn Beste SZEU Süd Blackboard ist Hausmeister, Blackboard ist Hausmeister Der andere Skylight, letzter Skylight, letzter Skylight Kommt auch aus Meister, kommt auch Genau, bei, close by Jules Haus, äh, servicer, äh, outside, outside one Service, 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 service Da, jetzt sitzt ich wieder auf meiner Couch, jetzt läuft's wieder, das gibt's ja nicht Junge zu viel, da oben, ich kriege keine Kildes Das ist ja, Toni, jetzt kriege ich keine Kildes mehr, du Wichse Ey, du hast drei, das ist über dein Durchschnitt Mein Durchschnitt ist nicht schlecht Äh, die Schreib-Gott, die Stream-Snappen, hat der Gegner geschrieben Der weiß ja gar nicht, wie wir heißen, oder? Ähm, Matthias, schreibst du ganz in den Stream, oder was? Ja, sicher, ich dich Hey, ich muss nicht spüren so Ich muss ja nicht auf Puls machen 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 Puls wäre wichtiger, oder? Mach Puls bitte Arno, aahhhh Okay Komm her, rein Äh, äh, Matthias, soll ich meinen Outrun machen? Nein, schuld, schuldig mit Walgreens Ich mach möchten Hä, hallo, Matthias, 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 was ist das, was ist das? Hey, oze, wie habt ihr eigentlich doch, wie habt ihr eigentlich doch gefühlt? doch mal wochen ich bin auch gerade und das funktioniert nicht nur der dicker das ist das Einzige womit ich nicht gerechnet habe ich dachte irgendwie der fliegt irgendwo an irgendeiner Ecke es muss was selber zumachen es muss was selber zumachen ja mach ich mach ich mach ich hier Hesse, Osi glaubst wenn ich jetzt einen Outrun im Ocken wollen die Gegner drauf rein? glaub schon Osi sie stream snapped, okay sorry du hast was gerade schon er war ganz ehrlich, ganz ehrlich Matthias, trappst du was in den Chat? Joho wie beruhig dich warum machst du sowas? Lass mich halt 5 Seconds ich bin von Trax ich brauche die Kirche Anuar 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 ich brauche die Cam nicht für das hast du denn zu flogen Anuar, tweet die bitte in Bagel deine in Gold manne verpiss dich ich bin Warum haben wir es gewollt? Weil wir die Veicule Cam haben ich will da Veicule Cam nicht ich will ein scharf Puls sensor du triffst euch nicht mit der Smoke Halt die Fremdsch ich triff immer ja letztes auch so du hast mit MC4 Leute 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 ruhig jetzt hä ich bin ein großer Fan es könnte schneller es könnte schneller Runde werden Servo geh da auf Scheiße Asgard Servo ist hinten offen also geradeaus durch und ist auf der Seite ja Servo ist komplett offen dann ist das es ist Anuar was machst du da? das frage ich mich an schickte blendest und jetzt verpiss dich Anuar verpiss dich verdau der nächste blendest der nächste blendest nein die Votation die du gemacht hast ist absolut Möll was ich dir nur gesagt habe sie ist schon drin sie ist drin soll ich pingen da ist der down Cam ist down Cam ist down Schau mal wenn's plantet, schau mal wenn's plantet Schau mal wenn's plantet Jo, sag ich schon Und a WAU Ob's von Dich plantet oder ich oder aus Du Cam is down, Cam is down Cam is down, dann müssen wir den Standard planten machen wir Schmeiß ein Smokkalisse Na, check lieber nur oben Ah na, es war eh schloll Schade 2 gegen 3 2 gegen 3, spiel sich safe, aber dann haben wir einen 7, Hans, komm Bisschen, bisschen ruhig, ich muss aus Matthias sich hören Der zackt nicht nur das Leben Der zackt nicht nur das Leben Schwachstum Schau mal Sehr schön, schau mal Doc, Doc auf den stairs, Doc links auf den stairs Auf den stairs, ja auf den stairs Der ist aber los Das Dicc verspreche ich zwei gerne Er ist, er ist schon drin in Service Er wird gleich die Tür kommen in Richtung Tresor Der ist schon drin ja, hab's gesagt Hab's doch gekocht Doc rechts, Doc rechts die Tür Ich hab's jetzt dreimal gecoilt, warum hat's keiner gecoilt? Ich hab's jetzt dreimal gecoilt, warum hat's keiner gecoilt? Matthias, warum drehst du dich um? Ich hab dreimal gecoilt die Serverstür. Wie man Discord verlieren kann, aber wie... Felix, warum bist du nicht einfach von Ding über Bargeld hinten gecoilt? Warum Felix? Warum Felix? Äh, Philipp, ich hab meine Philippe. Kannst du mal beigetragen, was hast du noch gecoilt? Anna, ich hab noch gedacht, du meinst dich sehr weit gehört. Du meinst die Server-Tür, so wo man gemeint ist und nicht Staydowns. Jeder hat verstanden. Ich hab den so geil Headshot gedrückt, den Katja halt. Ich hab den Fischer so geilen Headshot gedrückt, diga, das war unnormal geil, Alter. Ich dachte wahrscheinlich, dass er in der Leiche weh. Hm, das ist echt... Ich bin gecoilt, dass ich da... Aber weil ich sie noch einmal kurz gesehen habe... Ich hab... 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 ... gesagt, sie wird im Haare kommen. Ja... Okay, Waldo. Hey, wir wollen uns die Runde! Alter Flo! Flos ist da, das ist ja Wunderbar. Der Flo ist am R slopesch! Flo ist da, das ist doch wunderbar. Der ist aber geil. 10 seconds to insertion. Fink er an zu reiben. Fink er an zu reiben. Fink er an zu steigen. Ich fang jetzt auf an zu reiben. Bevor er anfängt zu reiben, bevor er anfängt zu reiben, soll er mal das Brett reiben, oder? Seid verrückt. Der Matthias fängt an zu weinen. Der Arno reint hier, weil Matthias den G-Team zu fassen. Matthias ist ein Bein. Denn er braucht sich das Bein. Ja, ja, ja. Ich mach jetzt. Nein, nein, nein. Ich mach jetzt. Der Matthias ist ein Bein. Der braucht sich das Bein. Das kann doch gar nicht sein. Nein. Sarah ist, by the way, kommt jetzt früh bis jetzt. Ich hab das Gefühl, die werden schon vor den Karage bekommen. Wir sind alle drones. Oder die sind alle zu fünft am Drohnen, oder so, weil hier ist keiner. Das ist der Schild. Äh, Lobby, Globys, wer? Scott, das ist alles Lobby-Vers. You must defend it. B. Kann er durchschießen? Globys, wer? Tschuli, Tschuli, Tschuli! Äh, Anwar, Anwar, Anwar. Ja, 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 ja. Alles schildisch. Äh, es ist ein Blackbeats. Ja, und Lobby. Zwei Leute. Ich hab halt mal jetzt die Außenwand auf. Puh, was. Wir haben immer noch zwei Leute. Ich ko- ich ko- ich ko- wenn sie blenden muss. Ja, dann geh du in die Vakery Camp. Ja, eben. Achso, wir haben sogar noch weg, wie? Ich glaube, jetzt sind drei Leute da. Er plantet, glaube ich. Nein, 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 nein. Schmeiß den Smokanesser an. Schmeiß den Smokanesser an. Ich schmeiß den Smokanesser an. Ja, ich schmeiß den Smokanesser. Er plantet trotzdem... Die Smokanesser hat nicht drauf, er plantet! Die zu viel hat nicht drauf. Die Granaten sind rein. Der Smokanesser hat drauf. Einer kommt hinten, einer kommt hinten. Ja, an der Stairs. Ossi, du musst ihn in den Garagen holen. Filli, zog mal, wenn's nur replanten. Planted. Planted, Planted, Planted. Let's go safe, let's go safe. Let's go down, let's go down. Let's go down, let's go down. Okay, hinterher, oder? Nein, hinterher, 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 hinterher. Oh, fuck off. Ich würde... Einer ist auch rechts von dir. Sie kurz gepusht, pusht, pusht. Awe, Awe. Ja, Matthias, Alter. So famous war irgendwie... Sorge, Alter, Matthias. Immer mit Smoke auf Close Range mit Shotgun, Alter. Aber du probierst das trotzdem auch mal mit der S-MG. Das war schon Close Range, das ist nett. Die Shotgun von Smoke ist ein Sniper, Alter. Warum will ich mit meinen Kills hinterfälle? Willst du mich ficken, Alter? Wicke? Ich bin so. Mein Ampliaten, du bist einfach. Ich bin... Ich bin... Ich bin um einen Punkt hinterher. Okay, ich hab die meisten Assists. Und ich bin 25 Punkte hinter Ossi. Und ihr habt... Ich hab alle gleich Assists. Und jetzt immer... Ich hab zwei Tote... Äh... Einer hat sogar zwei Tote mehr. Und die anderen noch einen Tote mehr. Ich hab... Ich hab glaub ich einen Tote mehr oder zwei. Ich hab zwei Assists mehr. Masha Allah Habibi Bruder. Ich hab drei Assists mehr. Ich hab drei Assists mehr. Yo, GG. 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 Ich hab drei Assists mehr. 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 Also wenn ihr wollt. Uns ist es egal. Wir haben aber jetzt zwei weniger. Ja. Achso. Haben die Leiter... Haben's... Halt's Maul, Leute. Die Runde ist zehnmal besser gelaufen als die Vorderen. Der Smokerad hat so einen Headshot gefressen bei mir, ne? Kannst du ja meinen? Das ist der Hammer. Ey, ich war... Ich war sowas voll auf dem Kopf. Wirklich. Ich könnt jetzt einen Clip machen und euch den schicken und ihr würdet sagen, was? Ich war so auf dem Kopf. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab mich richtig verarscht. Ist einer von euch grad Twitch gewesen? Ja, ja. Das war echt Lucky gegen dich. Also ich wusste nicht mal, dass ich verletzte. Nee, nee. Der ist schon raus. Der ist schon raus. Also. Und einer hat davor noch... Der hat ja zuletzt geplantet hat gerade und... Der hat ein halbes Magazin in seinen Rücken bekommen. Und hat nix. Ja. Und hatte keinen AP verloren irgendwie. Doch, doch. Ich hab verloren uns 13 Runde. Und dann bin ich gestorben. Aber es kam irgendwie kein Head-Geräusch. Das Ding ist... Einer von uns hat den Plant leider abgebrochen. Er hat ihn geschafft. Ja. Aber er musste ja unbedingt abbrechen. 24 ist glaube ich drüber geflogen oder so. Ja, ja. Er war wirklich so ganz ein Stück davor. Vielleicht noch eine Millisekunde länger und er hätte den Plant durchgehabt. Er hat abgebrochen. Hatte dir gerade eine Jinger dabei, ja? Nee. Oder... Irgendeiner hat auf jeden Fall da bei der Serverwand geradeaus durch immer abgegeben. Ich glaube, Sledge, ich weiß gar nicht. Sledge, Sledge, Hedge, irgendwie sowas. Das war ich mit... Das war ich mit Hedge. Und... Ich war immer Bulls. Ich hab immer wieder gepiekt. Ich hab dich schon geradeaus gesehen. Und ich hab aber nie... Ich hab nie mit dich geschossen. Und einmal hab ich dann die ganze Zeit gepiekt und auf einmal kam's. Und dann war ich traurig. Hauptsache, aber... Ding. Äh... Herr Cookie, was hast du bitte für ein Headset? Ich bin zwei Stockwerke über dir und du hast mich schon gekehrt, dass ich abkomme. Digga, ich weiß... Ey, weil... Ah... 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 Ich... Ich... Ich bin tot. Ja, moin. Das war's dann. Aber Digga, wie du... Wie du mit dem Blackbird umgekostet bist du... Weil, das ist schon stark. Oder... Ich... Ich hab hier gerade noch eine Runde coolt. Ich hab hier gerade noch eine Runde coolt. Ja, ey, ich konnte heute keiner zu realisieren. Und hier ist ein Famous-Dachtung, dass ich die Server-Tür ganz vorne meinte.